und damit herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft of inside 9 oder wie damals magic mine für alle die das noch nicht verstanden hatten ich sehe gerade jetzt wo ich hier bin wir haben erst mal eine sehr komische sehr komische ausgelöchelte base wir können erstmal starter kit machen ne kit starter bekommen wir zur anfangsausrüstung wieder und da sind auch zwölf hakeln dabei super ja einige werden sich wundern hey wieso bist du diese runde hier das liegt einfach ganz einfach daran wir wollen natürlich also ganz ehrlich es macht natürlich auch keinen spaß wenn wir jede folge nur an dem großprojekt für den server arbeiten deswegen werden wir uns dieses mal um sein kleines häuschen kümmern wir haben ich muss mir noch kurz den fly mode geben wir haben ja dieses doch momentan noch recht seltsam aussehende haus und müssen das mal umbauen wir werden zuerst fragen es gibt für moment wie heiße ich ich bin vips nur einen home punkt oder so hier aber natürlich momentan jetzt erstmal meine 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 mein 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 ding hier mein ding das ist denn es ist der baum gewachsen das sollte aber eigentlich nicht so sein hier sollten es sein oder fünf warum versetzt sich dann mein home wenn ich okay ich teste es mal so wenn das vier oder fünf gibt dann noch mal das natürlich moment dann setze ich mich natürlich in meine wohnung hier rein moment genommen ins bett und dann set home home 2 wenn ich jetzt eingebe home heime home und home 2 okay klappt super haben jetzt zwei punkte gesetzt das ist sehr gut hat sich mal wirklich weglaufen sollte das krankenausstand letzten aber noch nicht hier cool steht genau neben meinen lp grundstück für alle denen der miss zu viel wird so sehr schön das gefällt mir da haben wir gleich noch hotspot hier da wissen die leute wo sie hin müssen wir haben jetzt eine menge jetzt mach mal den stuff hier rein ne das war der diamant kommt woanders hin da war kohle drin das sind genau holzkohle das kommt mal weg hier erdmetalle funktioniert super da sind mega die erdmetalle drin aber ich finde es cool hat er gesagt ok hat er hier unten hin wenn der meinte er hat es geordnet knochenmehl kommt hier natürlich nicht rein das kommt ja auch nicht rein das kommt da auch nicht rein ich glaube dafür musste ein extra irrenhaus existieren holz kommt da rüber da hat er gut mitgedacht dann kommt werkzeug und so ein spaß erstmal hier rein da hat er essen versucht reinzupacken oder irgend so weiter sein sozio system muss ich momentan noch nicht ganz verstehen stein noch mehr stein tränke ja dann kommen die tränke mal nach wieder hm waffen rüst oh mein schaf ich hab ein schaf gold hat er es weg ist kann weg Moment da muss ich da muss ich ich frage es mal ganz kurz also wenn wir ein schaf haben da war richtig wirklich wenn wir sä객 einen schaf haben kann das jetzt einfach gewinns machen Komplett Moment wir haben Effizienz Behutsamkeit genau du nennen hast du dir so gedacht mija du bist gemein ähm Und dann haben wir uns gewundert, äh, was, noch ein Schaf? Wir haben zwei Schafe. Wie geil, bitte. Ähm, dann machen wir uns doch ganz kurz ein Leichen. Moment. Wenn wir Schafe haben, dann muss ich das natürlich, äh, ausnutzen. Die Frage ist natürlich, wo packe ich ein Schafskäfig? Ja, wie gesagt, ich möchte auch noch ein bisschen an unsere eigenen Mordrücken hier ein bisschen weiterbauen, weil wir wollen ja auch ein bisschen Spannung ins Let's Play reinbringen. Ich hatte auch überlegt, muss ich gestehen, ob ich vielleicht mal wieder, äh, eine Webcam-Aufnahme von Minecraft mache. Problem an der Sache ist, dass ich momentan noch so viel rumfliegen habe, weil ich noch nicht zu Ende gerendert habe und so, dass das, äh, sich da ein bisschen stärker starten könnte. Faden ist das auch so. Ich dachte gerade, wir haben eine Leine. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich die O-Stommer für eine Leine? Ich weiß es gar nicht. Eher weniger chine... Ne, was ist das? Ah, wow, 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 wow. Äh, nein, wir haben nichts für eine Leine. Haben wir denn Samen? Wir müssten doch rein, theoretisch. Genau, wir haben sieben Samen. Über sieben Samen musst du gehen. Was? Wir haben sieben Samen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, woher die Rüstung reingepackt. Die Rüstung ist hier. Diamantschwert. Kann ich auch mal reinpacken? Dann. Hier sieht es natürlich wunderprächtig aus, aber das muss ich mal ganz kurz hier weg, weil hier kommt dann unser Fältchen. Die Blümeranten, die können wir dann später immer noch einsammeln. Da brauche ich jetzt natürlich Eisen. Sand, okay. Eisen, ich muss das mich erst mal ein bisschen... Wir tun das dann noch umhören mit den Küsten. Das wird alles noch besser gemacht. Wir haben hier auch eine ganze Menge Diamanterz. Habe ich eigentlich Glück? Ne, ich habe einen Boot, genau deswegen habe ich das mal so alles gelassen. Ich hoffe, wenn der da kommt, nicht auf die Idee, die auseinanderzubauen, dann muss ich ihn, glaube ich, köpfen. Wir brauchen Eisen. Eisen kann man ja sowieso nicht auseinander machen, genauso wenig wie Gold. Deswegen können wir beides im Brennkeller mal kurz schmelzen. Der einfach mal so dunkel ist, dass man hier nichts erkennt. Aber dann machen wir das dann mal so. Wer sich wundert, wie ich an solche Kisten was dranpacken kann, das geht ganz einfach. Da muss man einfach nur Schiff drücken nebenbei, also sich hinhocken. Dann funktioniert das. Hier nutzen wir erstmal die Holzkohle. So, neun, zehn. Dann nochmal was reinpacken. Und dann packe ich da nochmal was rein. Hier die Übersicht zu behalten ist, glaube ich, recht schwer. Da muss man einfach mal ein bisschen darauf achten, dass man hier reinhaut. So. Ja, dann brennen wir uns was bei einem Eimer. Dann holen wir uns Wasser. Eins. Zwei. Super. Schmiedekunst erreicht. Dann holen wir uns was bei einem Eimer. Machen wir aus dem Eimer. Wo müssen wir jetzt irgendwie Wasser herbekommen? Wo bekomme ich Wasser her? Eine sanfte Frage, ne? Ich nehme ein, da bist du gleich zweimal laufen dann. Danke. War ja überhaupt nie, ne? Ach, es gibt wieder ne normale Mine-Frage. Geil. Mit Hasht, mit Slash Spawn ist auch geil. Hier kannst du die, Willkommen am Minen-Spawn. Hier kannst du die Möglichkeiten frei und ohne Eingeschränkung zu farmen, töten oder einfach Spaß zu haben. Um wieder am Spawn zu gelangen, spawnen. Schmiedekunst. Hier kann man natürlich, hier gibt es natürlich die ganzen Tiere, die man looten kann. Können wir später mal machen. Dann halte ich jetzt aber für doof, weil ich bin dann doch lieber der Typ, der selber farmt. Ähm, jetzt war ich so schlau und hat mir einen Moment doch... Ach, da steht der schon ein, ne? Super. Schön, dass die Leute hier mitdenken. Das gefällt mir. Also da bin ich jetzt ein Freund von. Super. Da müssen wir auch nicht mehr so seltsam komisch farben. Da können wir jetzt auch ordentlich... Ah. Ich geh mir da mal ne Fackel drauf. Schöner Ort, ja. So. Dann machen wir ganz kurz, ähm... Äh... Ich glaube, ich muss aus dem Spawn zurück, bevor ich irgendwas machen kann. Hä? Okay. Äh... Äh... Warp Home 2. City. Home 2. Hä? Warp Home 2. Wieso kann ich mit... Slash... Home 2 nicht zurück zu meinem Haus? Ist das irgendwie sehr sehr witzig? Ohm 2 Ähm Ohm Ohm 2 Ist der Befehl umgeändert worden? Heißt das worden oder worden? Ich weiß nicht Hä? Wie kommt das Hühnchen hier rein? Wie kommt das Hühnchen hier rein? Ähm Kleinen Moment Da müssen wir uns mal ganz kurz Ich glaube wir machen ein paar Fackeln kurz Weil Etwas Hm okay Weil dann kann ich Hier mein Grundstück mal ein bisschen ausleuchten Sonst äh Äh ja Könnt ihr euch vorstellen Sonst ist es halt nicht ausgeleuchtet Grundstücke die mal nicht ausleuchtet sind im Prinzip hier nicht ausgeleuchtet Und wir müssen hier auch mal ein bisschen graben Weil Wir finden ja natürlich auf den Grundstücken auch noch Erze Die nicht zu unterschätzen sind So Ist natürlich jetzt alles ein bisschen dunkel geraten Weil wir halt Das würde ich wieder Fly eingeben Weil wir halt die Close die uns entfernt haben Aber muss halt sein Sonst holen die Tiere ja ab So Machst du dann noch einen hin Und dann machen wir hier noch einen hin Dann sieht das hier schon mal ganz hell aus Dann kommt Da noch einer hin Da noch einer hin Da Hier Da 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 Hier Und einer haben wir noch Da Da Fällt mir jetzt rein theoretisch eine einzigste Fackel Mal gucken das wir vielleicht Aua Was war das denn? Ach, sag mir nicht die haben im Honig Oh ist das geil Die haben den Anzug an Hallo? Und alle verfeuerte Löwen. Lass einen fallen. Haben sie aber gut gebaut in meiner Nachbarschaft, muss man mal sagen. Sieht auch sehr schön aus. Mal reingucken hier. So reingucken können wir ja nicht. Sehr, sehr schön geworden alles. Ich natürlich hier mit meinem Ranzhaus. Da muss man natürlich ein bisschen sich noch Mühe geben, dass das hier in die Nachbarschaft auch reinpasst. Dass man den Nachbarn ja hier keine Schande bereitet. Nennt sich Let's Player, spielt hier 800 Folgen Minecraft, aber kann ich bauen. Aber genau, damit sind sie ja... Keine Ahnung, wie viele Folgen Minecraft habe ich denn? 800 im Let's Play? Das Tor mache ich noch nicht rein, weil es so ist und war schon immer so. Das Tor mache ich noch nicht rein, weil es so ist und war schon immer so.